Minus, ich bin Minus auf meiner Hand. Minus 250 Loll, ey, ich weiß nicht mal, wie das geht, wie das funktionieren soll. Obwohl ich alles bezahle. Ey, 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 wir klären das ganz einfach. Fufi, hörst du mich? Hallo, ja. Fufi. So. Ajo. Der hier, mit der Glatze. Der ist... Ey, 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 ey! Ey! Der war auch zu viel. Der war zu viel. Was ist denn hier los? Wir haben ihn abgelassen, Sir. Gut. Das Alphabet kennen Sie. Ich will einmal das Alphabet hören. A, B, A, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, L, C, U, V, W, X, Y, Z. Gut. Hey, Sir, dann können Sie ja also auch lesen. Ist das korrekt? Sie können lesen. Ja, Sir. Gut. Was steht auf Ihrem Fahrzeug? Na, Sheriff, aber... Es gibt kein Aber. Ich habe auch kein Aber gesagt, Sir. Wer gehört dieses Fahrzeug? Mir, Sir. Herr Philipp, wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihnen einen Zaubertrick zeige, und zwar wie mein Penis in Ihnen verschwinden kann, dann gehen Sie jetzt dieses Auto umlackieren mit der Army-Aufschrift ohne Parken. Ja, wir haben noch welche von früher, Bruder, von früher, von früher. Oh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hä? Wir haben sie... Oh. Wer ist tätet. Ich hatte nicht mal... Hä? Ich hatte nicht mal Red Dot, mjrda. Wir brauchen wir noch nicht bei der. Wieso? Die Leute verschwinden die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo die sind... Einer muss... Das stimmt. Oh nein, sie verschwinden! Was ist mit der auch passiert, gerade? Er hatte eine große Fresse. Er hatte eine große Fresse. Er soll sich jetzt erst mal gerade machen für seine Worte von gestern. Wir sind doch gerade frisch. Er soll sich... Bruder, es ist mir scheißegal. Ihr könnt frisch aus eurer eigenen Mama rausgekommen sein. Wenn ihr frech zu mir seid, ich fick euch. Ganz einfach. Ich mach deine Hände weg. Ich bin echt geisteskrank, Bruder. Bro, ich bin so geisteskrank, Bruder. Ja, einer ist drin anwesend. Bro, ich bin so verdammt geisteskrank, Bruder. Und wie ich das immer wieder schaffe. Nein, Bruder. Wie ich das immer wieder schaffe, Bruder. Bernhard würde die... Bruder, Bernhard... Einmal Platz machen, danke. Ganz kurz Platz weg. Die mögen dich. Du hast recht, die mögen dich. Nein, die schießen doch. Wieso schießt du denn? Ich hoffe, die schießen. Ja, sick, der geht ame nach, Bruder. Was ist das denn? Warum werde ich direkt abgeknallt? Was fährst du denn da rein? Was ist das denn? Militärgebiet, das die direkt schießen? Direkt all der vier. So. Nein, ich kann das nicht mehr, Chad. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Nein, es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Ich kann das nicht. Hey, was war so lustig? Was geht hier ab? Warum lasst du? Also, ich habe zwei Outfits, okay? Ja, okay. Ist das mal das? Oder das? Eins oder zwei? Äh, drei, würde ich sagen. Wieso? Hast du noch was mit mehr Stoff drin? Ja, das hier? Okay, komm. Was ist Destiny? Warum köksse? Ach so, das ist das falsche Outfit. Nee. Ist das Destiny? Hallo, habe ich schon viel von dir gehört? Das habe ich Ihnen versprochen. Außer das Glückwunsch der Air Force Pro, dass es eine kleine Zeremonie gibt. Okay. Oh, sorry. Boah, wo war der Bruder? Sorry, sorry. Der Kimmel, der war nicht geplant, glaube ich. Der war nicht geplant. Da ist ein Land mitgekommen, wie eklig. Kommi, sorry. Ich muss kurz weg. Es war... Er hat sich sicher eingeschult. Der hat sich eingeschissen, halt. Boah. Ähm, okay. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Ähm, darf ich kurz jemand mit dem Helikopter, also erst privat, ich aber nicht, kurz irgendwo hinfliegen? Nein. Okay, verstands, ja. Insofern knallt ihr einfach weg. Aber save a kill, save a kill, save a kill. Jetzt schon. Ja, ja. Ähm, seid ihr nicht zu reden da? Wollt ihr beide jetzt durchfunken, oder was? Ja, aber außerhalb am Besen, ne? Boah, boah, boah. Ja, die haben mich schon geschossen. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oder ich wollte RP mit dem machen, aber ich habe mir gedacht, bro. Hey, bei Ding, bei Ding. Guck mal, die Schnauze an, Digga. Das ist auch der Schnauze. Sieht aus wie ein Polo vorne. Ali, hören Sie mich? Sind Sie da? Hallo? Hallo? Ja. Wer kann, sind Sie das? Natürlich. Warum liegt da eine Leiche vor der Tür? Wo? Eine vor der Tür bei uns vor dem Tor. Eine von Kali? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht vorbeigefangen. Keine Ahnung, wir haben nichts damit zu tun. Schauen Sie mal nach, bitte. Aber. Er ist noch nicht so gut erzogen. Tisch. 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 Tschüss. 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 Ey. Sergin. Wieso hast du das getan? Wieso? Ich sag dir eine Sache, Sergin, okay? Dieses Blut klebt jetzt an die Finger von dir. Es gibt zwei Erden von... Was ist das zu machen? Die Armee hat jetzt hier alles umgestellt. Es kommt hier niemals ein Medican. Nein, ich will das miterleben, Bruder. Bitte, Alter. Ja, wie? Wie sollen wir das machen? Du hast doch so einen Kurs, Mann. Das hast du einen Kurs gemacht. Von vorne. Was? Ich will das miterleben, Mann. Fette mich von vorne. Wie kann ich das machen? Oder von hinten, wenn du nur von hinten kannst. Entziehung zum Sterben, Bruder. Warte. Wenn du nur von hinten kannst. Halt deine Fremd. So schade. Ich dachte, ja, zwei, drei Leute sind doof gestorben, so schade. Ehrlich, es war so knapp. Es hat aber so Spaß gemacht. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Hier, der habe ich gerade gesehen. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Es war einer der spannendsten Kämpfe seit langem. Man wusste bis vor zwei Minuten nicht, wer gewinnt. Es war so unübersichtlich, aber gleichzeitig auch so cool. Pinguin lebt noch? Hä, wo kommt der Pinguin her? Pinguin hat einen geholt? Pinguin hat drei. Pinguin hat drei geholt? Der Pinguin hat drei Leute geholt. Hä? Ja, schon AFK? Pinguin, du kriegst gleich direkt rein. Mieter den Meis, Baby. Egal wie weit, Baby. Ich komm zu dir. Meine Nikes, sie sind weiß, Baby. Wir sind bald reich, Baby. Lass uns probieren. Fahr durch die Nacht im Geh. Mieter den Meis, Baby. Egal wie weit, Baby. Ich komm zu dir. Meine Nikes, sie sind weiß, Baby. Wir sind bald reich, Baby. Lass uns probieren.